Der nächste Sieger, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei den Amadeus Junior Special steht neben mir und er kommt aus der Tschechischen Republik und heißt Alexander Baradil. Alexander, gratulierst du, dass du jetzt in der 1.45 Klasse gewonnen hast, der Qualifier für die offiziellen F.E.I. Championship für junge Riders. Du warst klar, du warst fast, du warst der Winner. Vielen Dank. Wie war dein Hörser Elamid heute? Sehr gut, er ist nur 8 Jahre alt, also er hat nicht so viel Erfahrung in diesen Klasse. Aber er ist ein sehr guter und fast type of horse. Es war ein offizieller Qualifier und es war auch in der Nation's Cup. Was ist deine Meinung über den Kurs? Ich liebe es, hier sind die Kurses in Lamprechtshausen, die sind ziemlich technisch, das ist warum wir hierher kommen, weil es ist fast so hart als in den Europäischen Championships, so es ist ein guter Test für uns, zu sein. Dein Ziel für dieses Jahr sind die Europäischen Championships, die Chamberlain? Ja, ja. Du denkst, dass die Czech Republik ein Team hat oder du bist als ein individuell? Ich hoffe, dass wir ein Team für die Schramurin haben können. Okay, jetzt haben wir am Sonntag, wir haben die Grand Prix. Was ist deine Meinung, was ist deine Meinung für die Grand Prix? Wie kannst du alles machen, dass du alles machen kannst? Well, ich bin ehrlich gesagt, ich lasse heute, weil ich am Sonntag habe meine Maturität examen. Also muss ich weg, weil ich... Okay, also du bist genug internationaler, um das zu machen, um das zu machen, und dann geht es um die Schule. Und dann geht es um die Schule. Ich kam hier, um meine zweite Kurs zu qualifizieren, weil ich bereits meine Qualifikation mit meinem älteren. Also wollte ich auch meine Qualifikation mit diesem. Das ist, warum wir hierher kommen, um die Nation's Cup zu gewinnen. Und jetzt leid es. Okay, dann wünsche ich dir auch gute Glück für die Schule. Vielen Dank. Vielen Dank.